Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Heute Trick 17. Die Lösung geht auf den Zauberkünstler Carlos Luminoso zurück. Der hatte nach seinem Tod im Jahre 1924 ein Buch mit seinen besten Tricks hinterlassen. Das Werk ist im Blackwell Verlag Oxford erschienen. Alle Tricks sind fein säuberlich aufgelistet und auch erklärt. Nur eine Seite fehlte. Die mit dem Trick Nummer 17. Das war vermutlich der Beste. Die Krönung der Zauberei sozusagen. Und weil den bis heute niemand kennt, gilt Trick 17 als besonders geheimnisumwittert.